immer so macht. Klick, 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 klick. Dann seid ihr drin. Ich muss eben selber Simon anfordern. Das ist ganz wichtig, dass Klick, klick, klick macht. Kreis. Ja, Simeon. Wir alle wegspawnen. Muss schon in der Mitte sein, hier vorne. Genau. Wenn ihr es denn schafft. Genau in der Mitte. Sonst müsst ihr hier in der Mitte stehen. Genau in der Mitte. Okay, dann gehen wir auch mal rein. Oh, bei mir hat es nicht geklappt. Ich war zu schnell wieder raus. Nochmal. Hier, versucht das sonst hier mal in der Mitte hier einfach zu stehen. Aber das klappt eigentlich. Hab ich letztes paar Mal versucht. Ja, ich bin drin, ich bin drin. Wunderbar. Das ging ziemlich schnell jetzt. Genau, stellt euch in der Mitte von dem Dach und dann ist es einfach. Dann machen wir hier gleich Fight Night, wenn alle drin sind. Okay, einer ist, glaube ich, noch draußen. Warten wir noch. Gucken wir uns hier erstmal oben. Kein Feuer wegmachen, sonst sterben hier alle. Brauchst kein Lagerfeuer machen. Wir haben hier genug Licht und hier ist es warm genug. Leider kann man keinen Fernseher gucken. Wir haben Strom abgestellt, außer das Licht. So, komm herher, bis die anderen da sind. Hier in der Abstellkammer. Putzkammer. Kommt alle rein in die Putzkammer. Kommt ihr? Ja, noch ein bisschen Platz haben wir noch hier. Na ja, Gruppen kuscheln. Komm lieber in ein Franklin-Zimmer. Das ist besser drin. Oder was haben wir hier? Noch die Toilette. Hier kommt ihr alle in die Toilette rein. Aber das dauert ein bisschen, bis die alle da sind. Oder sind sie schon alle da? Wo seid ihr denn? Alle schon hier? Okay, da haben sie noch welche nicht geschafft. Ihr müsst genau in der Mitte stehen auf dem Dach. Genau in der Mitte. Nicht an der Kante, in der Mitte. Und dann schnell Kreis und X drücken, dass ihr wieder rausgeht aus das Menü. Ja, schön hier. Wir hätten die Blume umgeschmissen. Was sagt ein Franklin dazu? Ja, ihre Tante. Seine Tante. Ja, dann macht sie ja alles kaputt hier. Ja, was soll das denn hier? Diese Steine als Regal für den Karsettenrekord. Was haben wir denn hier? Ah, seine Tante. Glaubt, die sind schon drin, oder? Ich sehe das nicht so wirklich. Kommt hier alle in ein Wohnzimmer? Hier am Fernseher hin? Dass sie nachzählen kann? Kommt alle hierher? Ja, zum Fernseher hin. Ne, sind noch nicht alle da. Ich gucke mal nach ihr. Bleibt hier drin. Nicht schlagen. Ich bin gleich wieder da. Ich gucke mir das mal von draußen an. So, ähm, wo sind sie denn da? Da. Ah, da laufen noch welche auf dem Dach rum. Ich komm schon. Ich komm schon, Leute. Ich komm schon. Guckt mir das an. Nicht rumschießen. Nicht rumschießen jetzt. Ah, ich falle schon wieder hin. Unnötig. Das sind fallen. Hey, der Wagen ist cool. Genau, hier in der Mitte. Wo das Wohnzimmer ist, ungefähr. Hier so hin. Und dann müsst ihr ganz schnell Kreis drücken. Wenn ihr in das Menü drin seid. Nicht schlagen. Nicht schlagen. So, ihr geht auf Simon. Geht drauf bei Simon. Einladung. Ihr müsst aufs Handy gehen. Und dann Simon einen Job anfordern. Dann so auf Nachrichten. So, und dann wieder rausgehen. Kreis. X. Und ganz Zeit drücken. Ganz schnell. Ganz schnell. X umkreis. Ganz schnell. Ne, bin nicht drin. Nochmal. Ah, das schaffen wir. Ist gar nicht so schwer. Oh, ich bin gleich da. Warte. Ich bin schon wieder draußen. Oh, so ein Neger. Wir drohen uns. Hier vielleicht. Genau hier. Ihr müsst ganz Zeit Kreis drücken. Ganz schnell. Jetzt schon Kreis drücken. Wenn ihr reingeht. Ganz schnell. Und X. Und raus. Ganz schnell raus. Ganz schnell raus. Und drücken. Ne, schon wieder. Was ist das denn? Ihr will mich wohl verarschen. Was macht das Auto denn da oben? Komme ich nicht rein. Da komme ich rein. Was ist das? Ey. Ah. Nein, ich auch. Ja, jetzt. Jetzt macht es klick, 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 klick. Ne, immer noch nicht. Hä? Was ist das denn? Ja, man muss ja auf uns hin gehen. Ist ja gar nicht so schwer. Ey, wie kommt der dann? So einfach. Jetzt. Versuche ich wieder an der Wand. Ja, jetzt bin ich drin. Jetzt bin ich drin. Entschuldigung. Bin gerade reingekommen. Jetzt bin ich drin. So, wir machen das Fight Night in, nicht im Wohnzimmer hier, vielleicht im Schlafzimmer. Ja, okay, machen wir ein Schlafzimmer. Das wird Premiere. Das wird Premiere. Kommt da raus? Dann spielen die Ersten miteinander. Ah, ich ordne hier nochmal ein bisschen. So, die Ersten. Baku ging CFN. Oh, ich bin dran. Ein Badezimmer? Wie habt ihr mich im Badezimmer gestellt? Ich habe es gerade nicht gesehen. Okay, hier in Franklin's Zimmer. Wenn ich bin dran. Okay. Vielen Dank.